28. Sola kam aus dem Keller, in der Hand den Koffer ihrer Großmutter, ihre Reisetasche über der Schulter und sah sich ein letztes Mal in Assils Küche um. 29. Auf dem Herd stand ein Stahlkochtopf, den ihre WoWo benutzt hatte. Er war sauber und der einzige Gegenstand, der in dieser sonst vollkommen aufgeräumten Küche stand. Fast als hätte man ihn als Andenken stehen lassen. Und nicht nur an das Essen. 30. Erik, Evil und dieser andere junge Mann, Vampir, waren nirgends zu sehen. Und Sola überkam der Verdacht, dass Assyl sie weggeschickt hatte. Sie fehlten ihr. Sie wollte sich von ihnen verabschieden. 31. Für kurze Zeit hatten sie zu sechst eine kleine Familie gebildet, wenngleich zusammengewürfelt und nicht miteinander verwandt. 32. Als sie an ihr Zusammenleben dachte, regte sich ein merkwürdiges Gefühl in ihrem Herzen. Sie wollte es sich nicht eingestehen. Sie wehrte sich dagegen. Aber diese Küche fühlte sich an wie ein Zuhause. 32. Kann ich dir beim Tragen helfen? Erkundigte sich Assyl. 33. Nein. Sie sah sich nach ihm um. 34. Danke. 34. Wie du wünschst. 35. Er verbeugte sich höflich. 35. Wir stellen dein Auto auf einen Parkplatz in der Stadt. Dort kannst du es jederzeit holen. 35. Unsere Belegschaft kann sich auch tagsüber im Freien bewegen. Du kannst also auch bei Sonnenaufgang fahren. Solltest du das wollen. 36. In Ordnung. 36. Ein flaues Gefühl machte sich in ihr breit. Doch sie zog die Reisetasche höher auf die Schulter und verdrängte es. 37. Gehen wir? 38. Ja. 38. In dem Moment kam Vicious aus dem vorderen Teil des Hauses. 39. Alle Achtung, Assyl. Hübsche Spielsachen, die du da hast. 39. Ohne Vorwarnung warf er Sola etwas zu. 40. Die hier könnte dir gefallen. 40. Sola fing die Pistole am Griff auf und sah sie an. 41. Eine hübsche Smith & Ruffin. 41. Neun Millimeter. 41. Wenn du ein Holster möchtest. 41. Hab ich in meiner Tasche, fuhr sie Vicious über den Mund. 42. Gut. 42. Assyl hatte sich anscheinend schon bewaffnet, denn er nahm keine Pistolen. 42. Dennoch zögerte sie. 43. Sie wollte, dass er einen Raketenwerfer auf dem Rücken trug. 43. Einen kugelsicheren Anzug. 43. Einen Sturzhelm. 44. Wollen wir? 45. Fragte Vicious scharf. 45. Gehen wir. 45. Sola lief auf die Tür zu. 46. Ich fahr in meinem Wagen hinter euch her. 46. Die beiden Männer, Vampire, folgten ihr. 47. Und sie hörte, wie Vicious fragte, 47. Ob Assyl bei ihr mitfahren würde. 48. Bevor sie antworten konnte, sagte er, 48. Ich glaub, sie wär lieber allein. 49. Danke. 49. Als sie in ihr kaltes Auto stieg, war sie sich da nicht so sicher. 49. Was sie überraschte. 49. Doch es wühlte sie auf, dieses Haus tatsächlich hinter sich zu lassen. 49. 50. 50. Diese ganze merkwürdige Episode in ihrem Leben. 50. Okay, sie musste auf der Stelle aufhören. 50. Der Motor sprang nur widerwillig an. 51. Und ein eisiger Luftstrom traf ihre Füße. 51. Hastig stellte sie die Lüftung aus. 51. Als sie den Gurt einrasten ließ, fiel ihr Blick über die Schulter auf das Haus. 52. Und sie erinnerte sich, wie sie das erste Mal auf Schiern hergekommen war. 52. Sie hatte sich zwischen den Bäumen versteckt und versucht zu erkunden, was im Inneren vorging. 53. Dabei hatte sie die Täuschung durch die Jalousien bemerkt. 53. Als die Klimaanlage anlief, hatten sie ganz leicht im Luftstrom gezittert und das Trugbild war zerstört gewesen. 53. Wer hätte geahnt, was dahinter zum Vorschein kommen würde. 54. Sie riss sich von ihren Gedanken los, legte den Gang ein und folgte dem Mercedes. 54. Das Haus und die Halbinsel wurden hinter ihr kleiner und kleiner. 55. Als sie links in die Richtung der Brücke abbog, lag die funkelnde Silhouette der Stadt vor ihr. 55. Und sie versuchte, sich das Bild einzuprägen. 56. Sie hatte den nächtlichen Anblick immer geliebt. 56. Die majestätischen Wolkenkratzer mit den unregelmäßig verteilten Lichtern, 57. Die wie Sterne in einem gefallenen Himmel strahlten 57. Und tief darunter das Geheimnis des dunklen, trägen Flusses. 57. Sie würde nie nach Caldwell zurückkehren. 58. Lieber Himmel, so albern es auch war, 58. Hätte sie am liebsten geheult. 58. Wieder riss sie sich zusammen und konzentrierte sich auf den Mercedes. 59. Sie hatten vereinbart, ihren Wagen zu einem gebührenpflichtigen Parkplatz zu bringen, zu dem Vicious eine Karte besaß. 59. Als sie jetzt darauf zufuhr, begann es in ihrem Kopf zu arbeiten. 60. Irgendwo schrillte eine Alarmglocke. 60. Sie schüttelte den Kopf und hielt vor der Schranke. 61. Sie hatte vergessen, sich die Karte zu holen. 61. Doch bevor sie das Fenster runterlassen konnte, 62. war Asil schon bei ihr und zog die Karte durch den Schlitz, 62. so dass sich der Schlagbaum hob. 62. Doch als sie in der vordersten Reihe in eine Parklücke einschwenkte, 63. traf sie die Erkenntnis mit solcher Wucht, 63. dass sie beinahe aus dem Auto gesprungen wäre, ohne die Gangschaltung in Parkposition zu bringen. 63. Benloir hat eine Schwester, rief sie. 64. Vitoria. Asil zuckte die Schultern. 64. Ach, ja? 64. Du kannst nicht allein zu dem Treffen gehen. 64. Sie hat's vielleicht auf dich abgesehen. 65. Ich weiß nicht, wen ich da heute treffe. 65. Was spielt das schon für eine Rolle? 65. Du hast Riccardo umgebracht. 66. Sola sah ihm fest in die Augen. 67. Ich weiß, dass du es getan hast. 67. Ich hab dich nie gefragt. 67. Aber ich weiß es. 68. Und Eduardo auch. 69. Hab ich recht? 69. Habe ich recht? 69. Asil wollte Marisol so schnell wie möglich in den Mercedes zurückbefördern. 69. Es gefiel ihm nicht, dass sie so offen hier rumstanden. 69. Außerdem wollte er dieser Unterhaltung ein Ende setzen. 70. Aber ganz offensichtlich würde seine sture Frau nicht nachgeben, bis sie mit dem Thema durch waren. 69. Nicht, dass sie seine Frau gewesen wäre. 69. Marisol. 69. Er deutete auf den schönen, warmen, verdammt nochmal gepanzerten Mercedes. 70. Vielleicht könnten wir unser Gespräch in einer angemesseneren Umgebung fortführen. 70. Was, wenn sie es weiß? 70. Was, wenn sie dich in einen Hinterhalt lockt? 70. Dann werde ich mich verteidigen. 71. Lass uns im Wagen weiter darüber reden. 71. Er hatte Überwachungskameras in der Galerie. 71. Genauso wie in seinem Haus in Roast Point. 71. Bei letzterem haben wir aufgepasst, murmelte er. 71. Dort habt ihr ihn also umgebracht? 72. Oder in der Galerie? 73. Das spielt keine Rolle. 74. Ich sage dir, das Lagerhaus, in dem du sie triffst, gehört Ben Loire. 74. Ich weiß es, weil ich für ihn gearbeitet habe. 75. Warum triffst du dich in seinem Lagerhaus mit einer Lieferantin, obwohl er tot ist? 75. Weil ich dazu angewiesen wurde. 75. Du kannst da nicht reingehen. 75. Genug, erwiderte er scharf. 76. Das ist nicht dein Problem, Marisol. 76. Jetzt steig in den verdammten Mercedes, bevor wir von Lässern gesehen werden. 76. Du magst ein Mensch sein und interessierst sie daher nicht. 76. Aber mich können sie wittern. 76. Und ich möchte nicht, dass du verletzt wirst. 77. Ich lasse nicht zu, dass du dich umbringst, murmelte sie. 77. Aber wenigstens setzte sie sich in Bewegung. 77. Unter weiteren Verwünschungen. 78. Diesmal auf Spanisch, holte sie Koffer und Reisetasche aus dem Auto und trug sie zum Kofferraum des Mercedes. 79. Asiel kümmerte es nicht, ob sie ihn bis in alle Ewigkeit verfluchte. 79. Solange sie endlich in das beschissene Auto stieg. 80. Aber als sie schließlich im Fond saßen, sprach sie nicht mit ihm, sondern zog sich an einer der Nackenstützen vor und wandte sich an Vicious. 80. Er wird das nicht überleben, erklärte sie ihm. 80. Sie wird ihn umbringen. 80. Deine Großmutter? fragte der Bruder. 80. Ja, gut vorstellbar. Ich habe von ihr gehört, auch wenn sie im Bett liegt. 80. Das ist eine Falle. 80. Marisol, unterbrach Asiel. 80. Es ist völlig ausgeschlossen, dass sie mich kennt, 80. Selbst wenn sie die Schwester von Ben Loire ist. 80. Das sie ist eine rein geschäftliche Interaktion, 80. Über ganz normale Kanäle. 81. Und sollte es seine Schwester sein, 81. Ist sie sicher anders als er. 81. Sie ist eine Frau. 81. Ein tödlicher Blick bohrte sich in ihn, 81. So dass er schon schützend die Hände über sein Geschlecht halten wollte. 81. Sehe ich schwach aus? 81. Es klang nicht nach einer Frage. 81. Sehe ich aus, als käme ich nicht allein zurecht? 81. Okay, dachte Asiel. 81. Er musste sein etwas antiquiertes Bild 81. Vom schwachen Geschlecht vielleicht doch mal kritisch überdenken. 81. Marisol war alles andere als hilflos und schutzbedürftig. 81. Was ihm ganz nebenbei einen mächtigen Ständer bescherte, 81. Auch wenn es ihr gegenüber unfair war. 81. Und? 81. Fragte sie. 81. Du bist nicht schwach. 81. Seine Stimme senkte sich. 82. Und er musste sich räuspern. 82. Du bist die schönste und stärkste Kraft, die mir je begegnet ist. 82. Du zwingst mich in die Knie wie niemand vor dir oder nach dir. 83. Sie blinzelte. 83. Dann wandte sie den Kopf ab. 84. Und während sie betreten schwiegen, studierte er ihr Profil und wünschte, 84. Es gebe einen anderen Weg für sie beide. 84. Dann befreite er sich gewaltsam aus diesem schwarzen Loch der Enttäuschung. 85. Wie gesagt, selbst wenn sie seine Schwester ist, bezweifle ich, dass sie von seinem Schicksal weiß. 85. Riccardo ruht an einem sicheren Ort und die Überreste von Edoardo wurden längst von Kojoten gefressen. 85. Alles ist gut. 86. Ich hoffe, du hast recht, entgegnete sie knapp. 86. Er wollte ihr sagen, dass es lieb von ihr war. 87. Doch das behielt er für sich. 87. Stattdessen wandte er sich an Vicious und wechselte in die alte Sprache, damit sie nicht verstand, was er sagte. 87. Bitte, geleite sie sicher zu ihrer Großmutter und zurück in ihre Welt sollte mir was passieren. 87. Lösche behutsam ihr Gedächtnis und schick sie mit einer angenehmen Erinnerung fort. 87. Einer, die ihr keinen Schmerz bereitet. 87. Akzeptierst du diese Bitte von einem gebundenen Vampir? 87. Vicious sah in den Rückspiegel und antwortete mit einem knappen Nicken. 87. So sei es. 87. Beruhigt lehnte sich Asiel zurück. 88. Die Scheiben waren so dunkel getönt, dass er praktisch nichts sah. 89. Nur die Straßenlaternen waren wie durch einen Nebel zu erkennen. 89. Wenigstens war er sich nun sicher, dass ihr nichts geschehen würde. 89. Vittoria sieht aus wie Riccardo, sagte Marisol gepresst. 89. Sie hat die gleichen Augen und die gleiche Gesichtsform. 90. Ich bin ihr nie begegnet, aber in seinem Haus waren Fotos. 90. Die beiden standen sich sehr nah. 90. Tu uns allen den Gefallen und sieh zu, dass du rauskommst, wenn sie es ist. 91. Du kannst nicht davon ausgehen, dass sie dich nicht erkennt. 91. Man weiß nie. 91. Asiel blickte sie an und musste sich ermahnen, sich keine Hoffnung zu machen, nur weil sie so besorgt um ihn schien. 91. In Ordnung. 92. Das mache ich. 95. 이거 nimm 3. 95. 96. 97. 95. 96. 97. 97.